So, ihr Süßen, jetzt guckt ihr mal, was ich gerobbt hab für euch. Jetzt können wir ein bisschen schnappen, die den euch ein bisschen frähen. Ja, guckt mal da, und der Papa ist auch dabei. Du bist aber ein stolzer Kerl. Und die Mädels, das sind vielleicht hübsche Gestalte. Na, ihr habt es gut. Und jetzt gibt es was zu fressen, Obacht. Guck mal, da gibt es ein bisschen Arbeit jetzt, ja. Prima. Soll ich noch ein bisschen was robben? Guck mal, ich zeichne mal, was ich da robben kann. Ich will es überhaupt mal zeichnen, da ist ein Zuhause, ziemlich öd und trist, kaum noch grün zu erkennen. Außerum aber, jede Menge Grün. Guck, und da rob ich euch einmal was. Zeigen wir, wie das geht. Man nimmt praktisch das Grünzeug in die Hand. Und dann robbt man einfach. Zack, zack, zack. Man guckt, dass ein bisschen Sauerampfer dabei ist. Oder ein bisschen Klee. Und ein bisschen Betze. So, Obacht. Jetzt guck, ich habe schon eine wahre Handvoll gerobbt. Das ist frei. Wollen wir es haben? Ja, prima. Achtung. Jetzt geht es los. Super. Komm. Jupp. Jupp. Und rufen mal schön jetzt, wie ein Haar ruft. Rufen mal. Rufen mal, dein Mädchen beisammen. Ich bin ganz heißer. Rufen mal. Guck mal, Schätzchen. So, da. Siehst du? Der Hahn kriegt eine Extra-Potion. Das schmeckt dir nicht? Schmeckt dir das nicht? Was gibt es denn noch? Guck mal, das ist aber betzeicher. Der ist lecker. Der ist gut. Ah, jo. Zeigen wir, wie du rufen kannst. Guck mal, willst du mal Finger picke? Willst du mal Finger picke? Ja, den tätst du auch nicht mehr. Ich guck mal, ob ich für das Schiff vielleicht ein Würmchen oder sowas finde. Ein Regenwurm oder so. Das wäre geil. Aber das ist so drücke da. Ich kann jetzt nicht graben. Hallo, Rob, ich sage noch mal ein Betzeicher schon raus. Guck mal. Das ist Betzeicher. Oder ein Löwenzahn genannt. Guck. Zack. Ja. Ja, rufst du neu? Da? Ja, genau. Da. Toll, machen wir das. Das ist auch lecker, gell? Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Jetzt, jetzt, mach mal schön. Sing mal. Ha, ha, ha. Jetzt geht's gleich los. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, 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 guck. Klasse. Toll hast du das gemacht. Prima! So, jetzt los ich euch aber in Ruhe. Alle machen es gut dann. Alle wei, bis es wieder Eier gibt. Oder bis ein Hinkel von euch gegrillt wird. So ist mal der Lauf vom Leben. Fressen und gefressen werden. Tschüss, machen es gut. Euren MLN aus dem Palz. Schnell! Was ist heute? Das ist heute in Ruhe. Die Zeit für deine Abente. Was ist heute in Ruhe? Das vor allem.